und ja es muss wohl mit diesen dingern gehen weil müsste was ich mache jetzt das licht einfach so hell wie ich kann auch wenn dadurch die frame rate wieder ins unendliche runter sinkt so das ändert jedoch auch nichts ja ich kann das so hell machen wie ich will kann ich das instant löschen nein ich muss es wirklich auf die methode löschen so wird zwar dadurch super hell ändert aber nichts hier dran ja detect sequels kann ich wahrscheinlich auch vergessen also ich muss wirklich die facke eine fackel in der hand halten moment mal kann mir jetzt kann ich es mir irgendwie denken sagt mir bitte nicht dass das hier alles nur war um hier dran zu kommen weil hier gab es nur eine fackel du bist auch kein alter of light oder nein so deutlich können wir alles mögliche durchwerfen das ändert nichts an dir das ändert auch nichts da sind dort auch leider nichts das bringt uns nur raus okay ich hätte da noch eine idee das könnte jetzt ziemlich böse werden so 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 okay das hat jetzt nicht direkt was gemacht das da macht leider auch nichts okay das war eine fehl einschätzung von mir und wir haben ja mittlerweile gelernt dass in dieser truhe nichts drin ist ich kann aber gerne nochmal reingucken so so dafür legen wir das mal dahin nein die truhe ist leer definitiv das das bringt auch nichts das bringt auch nichts das das portet uns nur raus der macht auch nichts der knopf und das da können wir nicht schnell genug betätigen das 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 hier macht sicher auch nichts das war nämlich nur die tür auf und zu das ne mal wenn ich das jetzt runter nehmen wäre ich gleich wieder getoastet oder Da gibt es ja noch den einen Hebel Auf der anderen Seite fällt mir gerade so ein Also ja, hier ist absolut nichts Bring uns mal hier raus Ich frage mich nämlich gerade, für was bist du eigentlich, Kurt? Du musst doch auch irgendeinen Sinn machen Ja, irgendeinen Sinn machst du schon, aber was für einen Außer der Entwickler hat hier die falsche Tür platziert Ihr wisst aber halt nicht, wo hier sonst doch was wäre Und einfach hier auf den Dingern Licht sprechen Mach ich auch nicht unbedingt Gibt mir halt alles nichts Ich kann keine Türen einschlagen Ich kann hier nichts betätigen Den Attack kann ich auch nicht einschlagen Der Hebel bringt mich halt nur wieder nach draußen Ändert aber nichts an der Situation hier Ich würde echt gerne wissen, wie ich diese Sphäre Wegkriegen könnte Damit sicher auch nicht Wispschiff wird nichts bringen Die Konstrukten Könnte ich das Ding auch nicht können Nein Ich werde erst mal laden, dass meine Party wieder lebt Da ist ein Knopf Ja Hier ist kein Knopf Da wäre ein Schalter Ein Hebel Ich meine, was bringt es mir von dieser Seite aus, eine Tür zu öffnen? Wenn ich Eh nichts hier machen kann Ich meine, ich kann den Schalter nicht schnell genug betätigen Und hier liegt auch nirgendwo was auf dem Boden, was mir hilft Ja toll, solange ich den Federvall aktiviert habe Wäre ich instant rausgeportet Was ist eigentlich mit dem Ding hier über mir? Ich finde es auch irgendwie komisch, dass ich die nicht wieder anzünden kann Oder denen hier was geben kann Hm Hier ist nichts, hier ist nichts Und beide Teleporter führen halt wieder Nach draußen, ja Sind zwar ein bisschen spiegelverkehrt, die beiden Oh, das wäre was, was ich noch machen könnte Oh, das wäre was, was ich noch machen könnte Oh, das wäre es